Musik Beim Rat von Verona geht es um Romeo und Julia. Jetzt bekommt jeder Spieler erstmal eine Karte. Anschließend der nächste Spieler darf sich eine Karte davon aussuchen, die er gerne hätte und gibt den Kartenstapel weiter. Dieser sucht sich auch eine Karte aus und so weiter und so weiter, bis jeder von den vier Spielern drei Karten auf der Hand hat. Die restlichen Karten werden verdeckt, weggepackt und dann geht das Spiel auch schon los. Man sucht sich eine Karte aus, die man ausspielen möchte und legt sie entweder in Rat oder ins Exil und kann dann verdeckt natürlich einer seiner Punkte, die man 5, 3 oder 0 oder Gift aufpacken. Wir möchten, dass der Rat hier mehr Montague im Rat als Capulet hat und deswegen packen wir fünf Punkte rauf. Nun ist der nächste Spieler dran, er spielt auch eine Karte aus. Jetzt werden die Sachen aufgedeckt, man schaut hinein. Oh, Julia ist vergiftet und kommt dann aus dem Spiel raus. Und hier sieht man Gegengift und fünf Punkte. Wenn hier nun mehr sind, das sind drei und das ist rot, bekommt dann fünf Siegpunkte. Somit endet das Spiel. Und hier sieht man aus dem Spiel, das sind drei und 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 das sind drei.